Danny, bist du bereit für die schmerzhafteste Aufgabe in deinem Leben? Nein. Oh doch, das bist du. Heute machen wir eine Nicht-Lachen-Challenge und zwar nebeneinander. Neben dem weißen Typ da. Auf jeden Fall derjenige, der zuerst lacht, ist ein kleines bisschen von meinem scharfen Zeug, was ich mitgebracht habe. Das hat Mami selbst gemacht. Okay. Und das war's eigentlich schon. Das sind die Regeln. Nicht grinsen. Du guckst ganz neutral. Alles ist cool. Das hab ich nicht. Nicht mal grinsen. Nicht mal grinsen. Okay. Wir sehen das alles auf Kamera. Falls er grinst, yo. Okay. Okay. Bist du bereit? Ja, okay. Ich bin bereit. Ey, bleeeet. Ey, bleeeet. Ey, bleeeet. Ey, bleeeet. Es ist so schwer, nicht zu grinsen. Okay, es ist voll schwer, nicht zu grinsen. Okay, also sagen wir, ich muss nichts essen, weil du hast auch gegrinst. Okay, du musst nichts essen, weil ich hab auch gegrinst. Aber wir werden uns jetzt wirklich bemühen. Hör mir zu. Wir werden uns jetzt wirklich bemühen. Ey, bleeeet. Ich hab echt Probleme, Alter. Ich lache nicht, ich grinse nicht. Ich grinse die ganze Zeit. Das bedeutet, theoretisch, du musst jetzt essen, ne? Ja. Du hast gelacht im Anfang. Oh, das sieht scheiße aus, muss ich ehrlich sein. Ja, hier kann man es nochmal sehen. Ah, lecker, lecker. Frisch aus Afrika importiert. Und direkt in seinen weißen Mund. Wie schmeckt die Scheiße? Ha? Ha? Schmeckt's gut? Na, aha. Wow. Soll ich dir ein Tuch bringen? Nein, ist okay. Jetzt mal ehrlich? Nein, ist okay. Okay. Du hast gerade scharfes Zeug gegessen. Das macht es schwerer für dich. Okay, ich hab gegrinst. Okay. Ich muss zugeben, ich hab eigentlich nur wegen dem Hundepenis gegrinst. Oh, ist ja das scharf. Ist ja das scharf. Ich hab das... Oh, ii. Wenn du kotzen willst, geh in mein Badezimmer. Wenn du kotzen willst, geh in mein Badezimmer. Bist du eklig, Alter. Deine Mama ist eklig. Ist alles wieder gut? Nicht lachen oder nicht grinsen. Okay, weiter geht's. Check. My life is potato. In your working life. And you're living. It's always potatoes. I dream of potatoes. When we are going to harvest in your mind and in your heart, you feel that you are going to export the potatoes and you are not going to see it anymore. Ich weiß es nicht. Am Ende ist es eine McDonald's Werbung. Ich geb mir einfach nur Mühe, okay? Okay. Oh nein, keine Anime. Oh, die kenn ich von irgendwo. Das dachte ich mir auch. Ich hab ehrlich gesagt gegrinst. Ich nehm so viel, okay? Ja, okay. Ich hab ehrlich gesagt keinen Bock mehr daraus. Ja, das glaub ich dir. Wenn ich das sehe, Alter, wie du zitterst, ey. Das ist... Kannst du auch versuchen zu zittern, während du das isst? Kannst du bitte einfach einfach in den Mund nehmen, ohne die ganze Zeit so dämlich zu zittern? Oh, das kenn ich. Weil die schreiben alle pregnant falsch. Ja, ich weiß. Das war bei PewDiePie oder so. Sorry, das war irgendwie witzig. Sorry, ich hab schon oft genug gelacht und jetzt darfst du essen. Die ganze Kacke. Ich hasse diese Kacke. Ist es okay so? Es ist okay so. Es ist. Wie ist es? Hä? Life ist hart, ne? Life ist scharf und hart. Okay, weiter, okay? Darf ich dir einmal bei den... Nein, weiter. Ja, du musst vorspulen, weil das Clip ist voll lang. Okay. Wer ist Fidel Castro? Ein Singler. Wie viele Seiten hat ein Triangle? Oh mein Gott. Dazu ist nichts mehr zu sagen. Ach, er denkt, das ist ein Spiegelbild von ihm. Hä? Er denkt, der andere Mann ist das Spiegelbild von ihm. Hä? Hä? Achso. Was? Achso, er redet mit dem Spiegelbild von sich selbst. Verstehst du? Ja, ich verstehe. Er steht vor dem Spiegel. Ja. Mir kommt gerade die Dotze aus der Nase. Was macht er jetzt? Weiß nicht. Du bist so nah an mir dran, das finde ich ein bisschen sexy. Ich auch. Wow. Wow. Ich finde das eher beeindruckend. Sorry. Ich finde das eher beeindruckend. Ich finde auch keiner mit in der Waffe schießen. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, ich habe ein bisschen. Ich weiß nicht mal, wieso. Ich habe eher Mitleid. Oh nein. Nein. Oh nein. Oh mein Gott. Das ist eher bitter, um ehrlich zu sein. Wow. Das würde mich richtig anpissen in dem Moment. Das würde mich richtig mies anpissen. Das würde mich auch so anpissen. Oh nein. Das kenne ich. Der ist so blöd. Oh nein. Der ist so mies blöd. Nein, das haben wir nicht. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Es ist schon lustig. Aber er ist trotzdem scheißblöd. Okay. Das ist ein Go-Kart. Sag mir nicht, das Go-Kart geht jetzt los. Ja. Was? Okay. Aber er ist weiß. What the fuck? Das macht keinen Sinn. Hä? Du hast genauso gegrinst wie ich. Du hast gerade genauso gegrinst wie ich. Es war genau gleich. Okay. Teilen wir uns jetzt schon dafür oder wie? Nein, wir machen gar nicht. Keine Ahnung. Weil wir haben wir beide. Okay? Oh nein, Papa. Benehm dich. Dein Kommentar hat mich schon lange. Ja, dann bist du jetzt dran. Sorry, wir machen wir Stopp. Ich zitter wenigstens nicht so, wenn ich das esse. Es sieht nicht so aus, als würde ich gleich sterben. Ich weiß auch gar nicht, wie du das einfach reinknüppeln kannst. Wie so ein Untermensch. Sorry. Wie kannst du dir so eine Scheiße reinknüppeln? Das schmeckt scheiße. Weiter geht's. Let's go. Oh nein. Es ist immer dasselbe bei Bowling. Es ist immer dasselbe. Ist echt scharf. Nein. Nein. Oh, der ist doch blöd. Nein. Sorry. Eigene Dummheit. Eigene Dummheit verdient. Warte. Okay, wieso soll ich da lachen? Das ist Tierquälerei. Ich muss. Oh, cool. Ey, sowas finde ich eigentlich ganz geil. So ein Erlebnis. Weißt du? Ja, ich auch. Voll das coole Erlebnis. Der hat voll die Panik. Ja. Wieso? Der hätte das nicht machen sollen. Der hätte das nicht machen sollen. Ach du Scheiße. Aber es ist bestimmt auch wieder Tierquälerei. Bestimmt, ja. Oh, oh. Und. Wat ein Idiot. Das ist einfach nur dumm. Ja. Das ist richtig hart blöd. Ja. Oh nein. Motorradfahrer machen immer irgendwas. Machen immer. Wow. Oh, shit. Ja, dem Motorrad ist nichts passiert. Oder? Doch, Kratzer. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was macht der da? Hä, was hat denn der da vor? Was hat der da vor? Wie dumm. Wie dumm. Was hatte dieser Mensch da vor? Wie dumm. Und jetzt. The fuck? Oh nein. Nein, 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 nein. Passt mich nicht an dabei. Das hat ihn nicht umgebracht oder so, aber trotzdem. Kannst du mal weggehen von mir? Das wirkt irgendwie. Das tut mir richtig leid. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Oh nein. Wieso sind Menschen so dumm? Beruhig dich mal. Das, ich, ich, wieso sind die so dumm? Der verbrennt. Ja und? Okay, sorry. Der will halt aussehen wie ich. Rassismus ist nicht gut. Okay, Kansellation jetzt, ja? Okay, let's go. Ich grinse nicht. Ich lache nicht. Ich lache nicht. Nein, das tut mir. Ich hätte fast gegrinst, aber ist alles gut? Alles gut? Und irgendwann sitzt es hinter ihm, oder? Sitzt da jemand hinter ihm? Ich weiß es nicht. Hä? Der kommt mit der Kettensäge. Ohne Kette aber. Oh. Okay, aber da hätte ich auch voll die Panik. Ja, ich hätte auch. Da hätte ich voll die Panik. Ich musste gerade ein bisschen, nein, ich musste nicht. Ist der Prank, Bro? Habe ich nicht. Alter, das ist aber ein harter Prank. Ja, das war echt kein Prank eigentlich. Ja, nee, das war kein Prank. Das war eigentlich nur asozial. Das mache ich mit deiner. Hä? Ist der dumm? Wieso dumm? Das war doch nicht sein Fehler. Das Ding ist ihm direkt unter den Beinen explodiert. Du hast recht. Was zur Hölle? Seine scheiß Beine hätten richtig anbrennen können. Ja, das stimmt. Genau deswegen hole ich mir kein Hoverboard oder sonst so ein Scheiß. Oh nein, das kenne ich glaube ich sogar noch. Das... Sorry. Du darfst gerne was essen. Ich hätte nicht lernen dürfen. Essen. Es. 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 Wie ist das, mein Freund? Das war die Saviette, die ich reingeschmuckt habe die ganze Zeit, oder? Kein Problem. Mein Freund, alles ist gut? Schmeckt es? Ich kann wirklich nicht mehr. Es ist viel zu scharf. Es schmeckt wie deine Mutter. Wer letztes Lacht hat, hat komplett verloren. Okay. Der muss jetzt nochmal essen. Alter Falter, ey. Alter Falter. Ist das scharf. Okay, bisher ist alles nur cool. Oh nein, sag mir nicht der... Ist der blöd. Ist der blöd. Sorry, tut mir leid. Und das ist richtig schade um das Schiff. Wirklich. Ja. Um das Boot. Sorry. Und umgekippt. Es tut mir richtig leid für das Boot. Ja, mir auch. Du grinst nicht, ne? Okay, alles ist gut. Das war aber witzig. Ich habe gegrinst, weil ich in dem Moment auf dich geguckt habe. Du hast. Ja, okay. So, ist okay? Ich kriege wirklich nur noch das Kotzen, wenn ich das Ding... Ich auch, ich auch. Mir wird schlecht. Okay. Okay, Leute, damit beenden wir jetzt hier das Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Oh.